Jetzt wird es gerade gefüttert. Ja. Oh, wie ist es? Ja, aber jetzt ist es gerade drin. Ja, gerade mal schauen, wie auch. Ich habe nur nicht so. Ich fange mal an den Rücken. Nori? Nein. Jetzt hat die Jury in der Woche und dann sagt er dann, auszutreten. Also drei Wochen und sieben Wochen. Unterschied? Oh ja. Und jetzt gehen sie spazieren. In Winter hat es schon mal so ein Zerif, dann haben wir den Zerif. Hier ist ein Zerif, wo man aufs Worm kommt. Winter hat es Rundzeager an und du kommst, du kommst, du kommst, du kommst. Oh, du kommst, du kommst. Ja. Sehr gerne. Jetzt sind sie klarkommen, haben wir mit dem Jury. Und, du kommst, du kommst.